Jetzt vergleichen wir die drei Bombenrohre und ja viel Spaß, wir fangen uns jetzt an. Jetzt ein Aftershock von Geisha. Und drüben geht es auch ab. Oho. Oho. Oh, die Schnitzel. Oho. Das wird jetzt auch wieder laufen. Okay. Dann würde ich sagen, wir können ja immer umdrehen. Also auf jeden Fall zu den Bombenrohren, man merkt den unglaublichen Unterschied zwischen Flashbangs und dem Aftershock. Das stimmt. Aber Aftershock und Vogelschreck nehmen sich glaube ich nicht viel. Ja. Oho. Oh. Das kann man drin lassen. Okay. Ich meine literature. Tja. Oho. 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 Oh. Vielen Dank.